Alle guten oder schlechten Dinge sind drei. Drei Dinge, die nicht mehr zurückzuholen sind. Die vergangene Zeit, die ausgesprochenen Worte, die verpassten Möglichkeiten. Drei Dinge, welche du nie verlieren sollst. Den Frieden, die Hoffnung, die Ehrlichkeit. Drei Dinge, welche im Leben nie sicher sind. Die Träume, der Erfolg, der Reichtum. Drei Dinge von unschätzbarem Wert in dem Leben. Die Liebe, das Selbstvertrauen, die Freunde. Drei Dinge, welche einen Menschen verwüsten können. Die Sucht nach Alkohol, Unehrlichkeit, Drücks, der Hochmut, der Hass. Drei Dinge, welche einen Menschen formen können. Harte Arbeit, Aufrichtigkeit, Hingabe. Drei Dinge, welche nie verändern. Der Vater im Himmel. Der Sohn, Jesus Christus. Der Heilige Geist. Drei Dinge, die sicher und versprochen sind. Das ewige Leben, die Wiederkunft von Jesus Christus. Der vollkommene Frieden auf Erden. Ich habe den Herrn gebeten, dich zu segnen mit der Führung und Bewahrung auf deinen Wegen. Der Nähe von seiner Liebe. Sicherheit seiner Verheißungen. Der Sicherheit, dass er für dich sorgt, wenn du dein Leben ihm schenkst. Ich wünsche euch gesegnete Weihnachtstage und ein gesundes neues Jahr. Ruhegi Saregi Wotschmann Ruhegi Saregi Wotschmann